Wir begrüssen euch im Namen der Geschäftsleitung von Ingeprint ganz herzlich hier in Nadigenzwil. Ich freue mich auch sehr, dass ihr unsere Einladung so zahlreich vollgeleistet habt. Wir haben ja heute ein interessantes Thema, das Segway fahren. Ich habe schon etwas rumgehört, die wenigsten. Ich glaube mit einer Ausnahme haben das bis jetzt gemacht. Also in diesem Sinne für alle heute Premiere. Das Wetter haben wir eigentlich auch gut bestellt. Ja, wir gehen davon aus, dass am grösseren und ordentlichen Achti ein grösseres Wetter dann käme. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020